Hallo meine Lieben, hallo liebe Skorpione, herzlichen Willkwunsch zu eurem Geburtstag und überhaupt vielen herzlichen Dank an euch alle, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, die Zeit rast, wir haben jetzt schon wieder November und das ist nun die Zeit des Skorpions. Wenn wir an Skorpion denken, dann denken wir an tiefe Gefühle, tiefe Leidenschaften, tiefe, tiefe Themen, die uns berühren. Und wir hatten eine Besonderheit, eine astrologische und astronomische Besonderheit jetzt im Oktober gehabt und zwar zwei Neumonde. Ende Oktober gab es den Neumond im 8. Grad Skorpion. Da durften wohl die einen oder anderen Themen, unterbewussten Sachen an die Oberfläche gespült worden sein für den einen oder anderen. Wenn das der Fall ist, dann ist das gut, denn so werden die Dinge auch sichtbar für uns, damit Veränderung im Inneren anfängt und sich manifestieren wird. Im Außen. Also, schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit euren Tent-Tips. Ich habe euch Rosen heute gekauft und keine andere Blume auf dieser Welt symbolisiert so sehr für mich das Zeichen des Skorpions. Die Rose hat die ganze Leidenschaft, hat das ganze Feuer drin, die Liebe, aber auch den Stachel natürlich. Also, keine schöne, rote, wunderbar duftende Rose ohne den berühmten Skorpionsstachel, um es mal so zu sagen. Und außerdem, Skorpion steht ja auch für eine tiefe Sexualität, ein tiefes sexuelles Empfinden, aber auch wirklich mit der Tendenz aus dem Wurzelchakra, also aus dem unteren Energiebereich, hochsteigen zu lassen. Und so können wir auch Dinge in unserem Leben manifestieren, aber nichts geht auf dieser Erde ohne diese rote und feurige Energie. Also heute mit Rosen in diesem Video, in euren Videos zum Skorpion und zu allen anderen weiteren Sternzeichen. Jetzt eure Tendenzen ganz allein für euch, meine lieben Schützen, für den November 2016. Was sagt uns denn das Kartenblatt? Wenn du im deutschsprachigen Raum wohnst oder eine Affinität hast, sehr, sehr stark zum deutschsprachigen Raum, vielleicht woanders lebst, aber halt wirklich viel mit Deutschen zusammenhängst oder mit irgendwie Schweizern, Österreichern, du weißt, was ich meine, ne? Und du dich einfach viel mehr zu Hause fühlst im deutschsprachigen Bereich, das sind jetzt die Karten, das habe ich jetzt so gefühlt, dann ist das Video auch das Richtige für dich vielleicht, aber es gilt einfach, wenn du dich hingezogen fühlst zu einem anderen Video oder so, vielleicht einem, weiß nicht, englischsprachigen oder polnischen oder wie auch immer, was du noch so sprichst oder verstehst und du wirklich dich so wie magisch angezogen fühlst, das ist wie bei diesen Orakeln, wo man Steine aussucht oder so, dann nimm das ruhig, ja, dann wird das vielleicht stärker resonieren mit dir oder vielleicht manchmal ist es in einer Kombi und es ist auch nicht zu verachten, auch mal den Aszendenten und das Mondzeichen anzuschauen, weil dann bekommt ihr vielleicht noch rundere Informationen, ja, das kann doch gut sein. Es ist natürlich schon so, das ist eine allgemeine Legung und hier schauen eben sehr viele Schützen zu und ich versuche halt alles hier für euch so zu sehen, wie ich es halt im Kollektiv auch kann, ja. Dann haben wir hier vom 1. bis zum 10. November, ja, wie geht es euch denn psychisch, physisch, da haben wir 20 da oben, die Neuanfänge, du, das kann gut sein, dass du dich befreit fühlst, einfach irgendwie psychologisch gesehen, ja, so irgendwie im Kopf befreit, in den Emotionen befreit. Vielleicht passieren auch hier wirklich konkret Dinge, die machen, dass du dich befreit fühlst, da können wir gleich noch natürlich, wir schauen uns das ja alles an. Es kann auch sein, dass du vielleicht von Schmerzen befreit bist oder tatsächlich von einer richtigen Krankheit, ja. Auf alle Fälle ist da wirklich eine deutliche Befreiung zu spüren, eine deutliche Befreiung zu spüren und die Tendenzen gehen mir hier eigentlich jetzt so auf den ersten Blick auch ganz gut weiter, ja. Eine Befreiung kann manchmal am Anfang auch beängstigend sein, kann aber sich als sehr, sehr schön und befreiend eben auch ausstellen. Das kommt dann immer auch sehr individuell drauf an. Dann haben wir hier in den Finanzen Königin Ariel und das kann bedeuten, dass du wirklich finanziell sehr, sehr gut dastehst, ja, dass du dich wie die Königin fühlst, auch wenn du ein Mann bist, kann es gut sein, dass du entweder dich selbst innerlich sehr stabil fühlst, hier auch finanziell und es auch bist und wirklich gut verdienst oder vielleicht die Finanzen von einer Frau abhängen, ja. Ja, wie ist es denn so für euch finanziell? Weißt du, für manche kann nämlich auch diese Frau auch eigentlich der finanzielle Ruin bedeuten, wenn sie zu viele Schuhe kauft. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte jetzt irgendwie voll so das Gefühl, so für Schütze Männer nachzuschauen. Ich weiß auch nicht. Ich habe das ja einfach so intuitiv dann. Also wenn ich dann irgendwie an bestimmte Gruppierungen oder Leute denke, dann ist es dann auch, macht es ja auch Sinn, dass ich da auch die Idee bekomme, weil das ist ja gerade intuitives Fühlen, ja. Was ich ja auch, mit dem ich arbeite und wo ich auch darauf vertraue, 100%. Ja, und ansonsten ist das aber für die anderen finanziellen, also das sieht hier schon ganz cool aus. Weißt du was, es geht vielleicht darum, dass du dich finanziell hier befreist, ja. Vielleicht ist es für manche sogar so eine Art Kaufsucht oder irgendwie so eine Sucht, danach unbedingt Geld haben zu müssen, das kann es halt auch sein, ja. Vielleicht muss man sich da fragen, lohnt sich das denn überhaupt, der ganze Aufwand? Und es geht darum, wirklich die Wahrheit hier zu sehen und sich vielleicht von gewissen Dingen hier wirklich zu befreien. Es kann auch sein, dass du dich halt hier auch, ja, finanziell auch ein bisschen einschränken musst mit bestimmten Ausgaben oder so. Eigentlich ist Geld vorhanden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das rinnt hier so ein bisschen aus den Fingern, ja. Das kann vielleicht nochmal ein Thema sein für manche. Und dann hätten wir noch in den Nebenjobs, alles was du nebenbei tust, das können Nebenjobs sein, das können karitative Tätigkeiten sein, wo du Geld abgibst und eher, ja, und dann natürlich nichts verdienst, sondern zum Beispiel auch eher selber dort arbeitest oder, ja, so ehrenamtlich zum Beispiel irgendwo tätig bist halt. Genau, und mal gucken, wie das für die ist, die irgendwie einen Nebenjob suchen, ja. Da kannst du kleine Brötchen verdienen und das ist schön, weil das ist hier zweimal Bube Ariel und hier ist das der Bube der Münzen. Und Bube der Münzen bedeutet halt irgendwie ein kleiner Zusturz. Der ist auf jeden Fall da schon drin, um halt die finanzielle Sache hier auch etwas ausgleichen zu können, ja. Ich arbeite wieder mit dem Dorian Virtue Erzengel Tarot und das sind alles traditionelle Tarotkarten von der Dorian Virtue. Die hat ihn nur einfach interpretiert mit Engeln, ja. Deswegen aber sind auch 78 Karten und genau dasselbe. Das ist mein eigenes Tarotkartendeck, auch eben Tradition, also die Tradition des Tarots. Mit meinen eigenen Bildern, die habe ich da so zusammengesucht und sowas, bis es für mich auch echt gestimmt hat. Also die Münzkarten, die haben hier sowas Renaissance-mäßiges, sowas Gemäldemäßiges, ja. König der Münzen sieht auch so aus und so und es ist hier so grün. Genau und wir haben wirklich zweimal Bube den Ariel. Es kann auch sein, dass du vielleicht eine Nachricht bekommst, eine positive Nachricht mit Geld irgendwie oder zum Thema Geld auch oder halt einfach was dazu verdienen kannst. Vielleicht heuert sich jemand an für, weiß ich nicht, irgendeine Party mal einzuspringen und da zu kennen oder irgendwas, weißt du. Das kann auch irgendwie so sowas Blödes einfach sein. Okay, für die, die künstlerisch sind, also ich schaue nicht in die Tüte, ich ziehe einfach. Ja, also da bekommst du sehr, sehr viel Angebote. Ja, ich sag mal, was heißt Angebote? Es ist so, es gibt einfach Grund zum Feiern. Vielleicht sind deine Sachen so geil, die du da machst, dass alle das so super finden zu deinen Konzertenrennen, deine Bilder kaufen, das alles total toll finden, also im kreativen Bereich hier, Künstler, jeder der kreativ ist. Also für mich ist das alles dasselbe, ob das jetzt ein Nagelstudio ist mit irgendwelchen besonderen Strass, Stein, Schlaf mich tot oder wirklich das tolle Rembrandt-Bild oder irgendwie, weiß ich nicht, oder mein YouTube-Kanal. Das ist halt alles so irgendwie so eine Richtung, ja, da frage ich dann halt einfach einmal. Also ich sehe jetzt hier, ich sag mal so, die Leute, glaube ich, die posten unheimlich hier irgendwie in deine Videos oder auf Facebook und sagen dir, wie cool die das alles finden und feiern einfach gern mit dir und feiern deinen Erfolg. Ja, vielleicht gibt es hier sogar kleines Geld. Also die große Finanzkarte liegt mir jetzt hier eher nicht, aber es gibt wirklich was zum Feiern und was für dich Grund ist zum Feiern, das feierst du da auch. Okay, dann haben wir karitative Tätigkeiten hier. Weißt du, vielleicht sind diese ganzen Gelder, die dort fließen, auch so ein bisschen, keiner weiß so richtig, also wo die Gelder wirklich hinfließen und wer sich da vielleicht sogar einen Teil davon sogar nehmen könnte, ja, sowas gibt es ja auch. Es sieht aber danach aus, als würde sich diese Unklarheit hier auch auflösen langsam in diesen 10 Tagen, damit du auch weißt, wo du spenden kannst oder wo du Hilfestellung geben kannst. Das ist das, was mir kommt. Vielleicht müsste man hier einfach nochmal prüfen, ja. Das kann auch sehr gut sein, dass nämlich, weil das ist schon wieder die Königin der Münzen und die Königin der Münzen, meine Liebe, mein Lieber, haben wir hier auch in den Finanzen. Das kann auch gut sein, dass du auch einfach kein Geld übrig hast und auch keine Energie und Kraft mehr übrig hast und wir diese Königin der Münzen deswegen hier auf den Kopf sehen und nicht aufrecht. Auf den Kopf bedeutet die dann nicht mehr so die reiche Lady oder die vermögende Frau, die dann noch Geld übrig hat, sondern vielleicht jemand, der einfach nichts mehr übrig hat, um es abzugeben, ja. Dann haben wir hier in der Beziehung, oh, ja, Beziehung, Liebe. Es kann sein, dass sich hier wirklich etwas auflöst, dass ihr euch plötzlich trennt oder so. Das kommt ganz drauf an, ob du gebunden bist oder Single bist, ja. Wie sind das für die Singles? Also da ist eher eine Wartezeit irgendwie für dich, wahrscheinlich, um dir auch klar zu werden, was das Beste ist für dich. Es kann sein, dass wenn du da mit jemandem flirtest, anmeldenst, dass es dann aber schneller vorbei ist, als es angefangen hat. Das könnte die Tendenz für manche von euch sein, aber ich sehe hier wirklich eher abwarten. Und vor allen Dingen, die Hohepriesterin bedeutet auch wirklich, sich selbst zu vertrauen. Ich glaube, du wirst dir auch vertrauen. Und es ist eine Schutzkarte und der Prinz kommt schon noch, ja. Oder die Prinzessin. Nein, es ist ja hier für die Frauen. Also der Prinz kommt schon noch, so rum. Du kannst auch visualisieren, weißt du, du kannst Affirmationen sprechen, du kannst auch zu den Engeln beten und wirklich auch dein Karma auflösen. Diese ganzen spirituellen Dinge halt. Im Fische-Video vom Oktober war nämlich die Hohepriesterin hier, ne. Also als Hauptding quasi. Wobei ich das ja auch immer so anders deute, je nachdem. Also je nachdem, wie es mir halt intuitiv reinkommt, deute ich das dann. Aber die Hohepriesterin bedeutet, also was habe ich denn da gemacht? Weil ich bin Fische, ja. Und dann bin ich halt, und das mache ich halt ganz selten, einfach, ich weiß auch nicht, in einen ganz anderen Supermarkt gegangen, als ich sonst reingehe. Und habe eine Kerze geholt und habe dann diese Kerze besprochen und habe mir dann das halt gewünscht und das war nämlich auch in der Liebe hier und habe mir halt etwas wegen der Liebe gewünscht und habe dann diese Kerze runterbrennen lassen. Also das ist ja quasi Kerzenmagie, was ich da gemacht habe. Und die Hohepriesterin ist ja so, wird ja auch manchmal so als die Hexe oder sowas beschrieben. Aber man kann sowas halt im Guten wie im Schlechten machen. Also wenn man da so irgendwie Partnerzauber oder irgendwelche, ja, Manipulationen daraus macht, was ich, Partnerrückführungen oder so. Also ich halte davon halt jetzt nicht so viel, weil schlussendlich, es geht ja darum, dass wir was manifestieren, was ja auch für uns das Beste ist und für die Partner das Beste ist. Und es kommt ja für jeden dann hoffentlich der richtige Partner. Ja, je nachdem, also wir ziehen ja auch die Partner und die uns ja auch was beibringen im Leben. Also das ist ja ein Lernplanet hier auf der Erde. Und auf alle Fälle, ich habe das dann so runterbrennen lassen und habe mich dabei unglaublich wohl gefühlt. Und das ist halt Kerzenmagie. Aber es war auch zufälligerweise Neumond. Und was dann die Hohepriesterin auszeichnet, ist halt irgendwie, dass die Hohepriesterin jetzt nicht irgendwo liest, oh, es ist Vollmond, ich gehe jetzt mal so, ich sage mal, kopfige Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel jetzt ist Neumond, das habe ich da gelesen. Jetzt gehe ich in den Shop und hole mir eine Kerze. Sondern das ist halt aus dem Gefühl raus. Ja. Einfach aus dem intuitiven Gefühl raus, von wegen ich manifestiere mir jetzt was Positives. Ich gehe nicht in die negativen Gefühle rein, egal was gerade ist um mich herum, sondern ich konzentriere mich auf das Positive. Und das kannst du machen, indem du deine Möbel irgendwie zurechtrückst, ein bisschen Feng Shui betreibst, was heißt ein bisschen. Also das hat unglaublich viel Effekt, wenn man das macht. Aber da kann ich ja auch nochmal ein extra Video zu drehen. Also wenn man irgendwie, nicht irgendwie, sondern wenn man einfach eine Zone hat in der Wohnung, die eine bestimmte Energie repräsentiert, das ist ja Feng Shui, da gibt es dann Ecken, die haben dann die Liebesenergie, mehr so den Wohlstand dann wieder eine, dann die Kreativität, da gibt es halt so für jede Ecke oder für jeden Bereich in der Wohnung, im Haus, immer so einen Bereich, der das repräsentiert. Und wenn man den aktiviert, also wirklich da eine Kerze anmacht, da ein Räucherstäbchen abbrennen lässt, da mal drüber putzt, ein bisschen mit Salzwasser, Salz ist ja gut gegen negative Energien auch, oder Kampfer, ein Kampfer ist ein Franzbrandwein, das kann man alles so ins Putzwasser tun, das gut riechen lassen, das glänzen lassen, sich auf diesen Bereich konzentrieren und Leute, das funktioniert immer. Funktioniert, also bei mir funktioniert es immer. Und das sage ich auch gerade, weil ihr hier auch gerade mit den Finanzen so, ne? Aber ja, das ist halt die Hohepriesterin. Das heißt, mach ruhig mal sowas. Überleg dir, wie kann ich denn bessere Energien in mein Liebesleben manifestieren? Weil das kann halt sein, dass es für einige wirklich ein Ende mit Schrecken gibt. Ja? Natürlich schon wieder nicht für jeden. Es kann auch sein, dass vielleicht der Partner auch weg muss, du weg musst irgendwie und dass es so ein bisschen unterbrochen wird. Ja? Das kann halt gut sein. Ja, das kann sein, dass es dann eher eine Wartephase für dich hier bedeutet, wenn du Single Lady bist. Was ist denn so für die Single Männer? Ja, weißt du, da ist so die Leidenschaft auf den Kopf gestellt. Es kann gut sein, dass du irgendwie da auch nicht so viel Kraft hast, wie in anderen Zeiten. Manche könnten vielleicht mit der Potenz was zu tun haben. Ja? Ich sage das jetzt einfach, ich bin eine intuitive Lägerin. Wenn ich das hier so sehe und mir sowas einfällt, dann sage ich das. Ja? Das ist wieder nicht für jeden. Okay? Aber es ist halt ruhig. Ich sehe, dass es halt ruhig ist. Vielleicht bist du auch irgendwie erschöpft. Gibt auch so Burnout oder Zeiten, wo man halt mehr zu kann. Okay? Ja, das kann Erschöpfung sein in jeglicher Hinsicht. Auf jeden Fall sehe ich hier halt auch eher eine Wartephase vielleicht. Gibt es noch eine Zusatzinformation? Und die Welt will auch hier auf den Kopf gestellt. Ja, das gibt es vielleicht auch nicht das, was du gerade dir wünschst. Dann für alle, die gebunden sind. Lange Zeit gebunden. Da wollen gerade zwei Karten raus. Ja, da ist es schwierig, aufeinander zuzugehen vielleicht. Da kann es sein, dass ihr da vielleicht eher streitet oder euch eher aus dem Weg geht. Und es ist so wie, die Bedürfnisse werden hier nicht so erfüllt. Da kann es sein, dass ihr da eher unglücklich seid in der Beziehung miteinander. Oder sie bricht gerade auseinander. Irgendwie so. Also da sehe ich auch eher so, das sind so unüberbrückbare Differenzen wie das Brangelina und so für sich definiert haben als Grund. Also es ist nichts Lustiges, ja. Ja. Ja, das sind halt leider die Tendenzen halt für euch. Es gibt auch bessere Zeiten und es gibt auch noch ein Mondzeichen und ein Aszendenten. Gut, meine Lieben. Leute in eurer Umgebung, König Michael, das können Partner sein, die irgendwie kühl sind. Oder das können Rechtsanwälte sein. Oder Berater. Ne? Oder Kunden. So. Auf alle Fälle sind es entweder kühle, kalte, kaltherzige, aber nein. Nein. Könnt ihr mal gucken. Ach, keine Ahnung. Verstehe ich es. Ne, manchmal muss ich immer ein paar Karten mehr erzählen, um da ein bisschen mehr Infos zu kriegen. Ja, ja. Irgendwie, das sind Leute, die sich vielleicht so irgendwie durchkämpfen. Vielleicht kämpft ja der Partner, der Ex-Partner oder wie auch immer da sich in irgendeinem Bereich voll durch und ist überfordert mit der Situation. Die Leute sind überfordert mit der Situation. Das kann euer Partner sein. Das kann euer Geschäftsmensch sein. Hier irgendwie Chef oder Mitarbeiter etc. pp. Okay. Also ihr fühlt euch befreit hier. Das ist ja das Interessante. Also alles, was euch jetzt hier passiert, ist eigentlich vielleicht für eure Befreiung gar nicht mal so das Schlechteste. Das ist so die Info, die mir hier kommt für euch. Dann kommen wir mal zur Mitte. Hier haben wir vom 10. bis zum 20. 6. Michael in der Gesundheit und es kann sehr, sehr gut sein, dass du irgendwie irgendwas tun musst für deine Gesundheit. Vielleicht auch irgendwo hinfahren musst. Vielleicht in so ein Krankenhaus musst oder irgendwas, was dir Lampenfieber erst mal macht. Für deine Gesundheit oder für deinen körperlichen Fitness, Wellnesszustand etc. Kann es gut sein, dass es vielleicht, weiß ich nicht, ins Ausland, in irgendeine Klinik geht oder halt ins Inland in irgendeine Klinik oder in irgendeine Reha oder so. Für manche von euch kann das sowas bedeuten. Auf alle Fälle steht vielleicht ein Schritt bevor, der dir irgendwie Bauchweh beschert. Das kann sowas wie eine OP sein oder es ist vielleicht irgendeine Zahnbehandlung. Mal gucken, welche Dimensionen das so sein könnte. Ja, es ist schon wieder eine Befreiung. Für viele kann es vielleicht etwas bedeuten, was sie sowieso schon immer vor hatten zu machen und es machen werden. Einfach durchziehen werden und es dir wirklich dient und du weißt auch, dass es gut ist für dich. Das ist einfach das, was mir hier noch kommt für euch. Das glaube ich vielleicht für viele von euch nichts wirklich weltbewegendes Schlimmes, sondern eigentlich mehr eine Verbesserung danach. Wie ist das denn für die, die echt gesundheitliche Probleme haben? Vielleicht ist es etwas, was man nicht mehr ignorieren kann. Aber auch hier hast du eine Chance, Wege zu gehen, die dich langfristig wieder in den gesundheitlichen, in ein besseres gesundheitliches Gefühl oder Zustand versetzen können. Aber du musst halt jeden Tag diese Arbeit machen, jeden Tag vielleicht diese Sportübungen machen, jeden Tag diese Vitamine essen, jeden Tag dich bewegen, jeden Tag diese Creme auftragen, etc. Weißt du? Das ist so, das kommt von nichts, kommt nichts. Aber du hast eine Chance, wieder auf einem stabilen Fundament zu sein gesundheitlich und dass es besser wird. Das ist noch das, was mir hier kommt. Aber man kann es vielleicht nicht mehr ignorieren, weißt du? So. Oder auch die Selbstverantwortung nicht mehr ignorieren. Das ist nochmal ganz stark hier. Dann habe ich im Job hier das Rat. Rat des Schicksals. Kann sein, dass du deinem Karma folgst und wirklich die Berufung machst, für die du quasi hier bist auf der Erde. Ja. Oder alles, was dir hier passiert, Job-mäßig ist wirklich dein Karma und muss auch erstmal so sein. Aber ich sehe hier, dass das wirklich sich verbessert und du auf einem stabilen Fundament hier bist beruflich auf jeden Fall. Geld. Ja. Das Rat des Schicksals. Ich gehe davon aus, dass du eigentlich dass du schon gute Chancen hast finanziell hier. Und du hast ja wirklich diese Befreiung hier auch da oben. Du fühlst dich schon befreit. Also finanzielle Probleme sehe ich hier nicht. Aber ich sehe hier eher, dass du, ja, dass du dir das, was du dir wünschst, auch auf jeden Fall erarbeiten kannst und sicher dir auch stabil, dass auch stabil sein kann. Nur ich glaube, du musst dich vielleicht wie noch ein bisschen durchkämpfen oder hier die Ellenbogen auspacken, weil es wie sehr viel Konkurrenz gibt, die irgendwie wie das gleiche Geld wollen. Ja. Ja, mit Geld muss man vielleicht wirklich sich noch echt durchkämpfen. Das kann wirklich sehr, sehr gut sein. Überleg halt, wie du halt irgendwie aus diesem Zustand rauskommst, vielleicht auch, wie du da reingekommen bist. Ja, das kann auch noch mal ganz interessant sein zu sehen, damit man hier, falls es noch karmische Probleme gibt in dieser Hinsicht, das auch wirklich lösen kann. Wir haben jetzt Rat des Schicksals zweimal hier liegen. Das heißt, das könnten Fragen sein, wie, wieso komme ich immer wieder in diese gleiche finanzielle Situation rein? Was ist das Problem? Bin ich vielleicht noch gebunden an irgendwelche Meinungen anderer Leute oder an irgendjemanden vielleicht so im Unterbewusstsein? Und warum lebe ich das immer wieder? Das können auch so Dinge aus dem Vorleben sein oder das können auch familiäre Themen sein hier, die du irgendwie mitschleppst. Das kann es halt wirklich auch sein, ja, für manche von euch. Ihr müsst schon noch kämpfen. Ja. Wenn ihr euch gut durchkämpft gegen die anderen. Nein, das sind ja die 10 Tage in meinem Leben. Ja, also ich glaube, ganz ohne traurige Gefühle geht es hier nicht, ja. Also vielleicht wird es ein bisschen eng. Kann gut sein, hier in diesen Tagen. Okay. Wir haben hier in der Liebe, nein, Quatsch, in diesen Projekten, Nebenjobs, kleine Projekte, Kunst und so, haben wir die Herrscherin und das ist Stabilität und da kannst du eigentlich was Gutes nebenbei verdienen. Weißt du, es kann auch sein, dass das irgendwie etwas ist, was du nur nebenbei machst und es vielleicht langsam Zeit ist, dass du das zu deinem Job machst und es kann auch gut sein, dass du vielleicht deine Arbeitsstelle, die du jahrelang gehabt hast oder so, echt verlässt und es vielleicht mit einem lachenden, mit einem weinenden Auge ist oder du weißt, dass du vielleicht erst mal finanziell nicht so gutgestellt sein wirst, wenn du gehst, aber du kannst dein Schicksal besser leben und das finde ich ganz cool, weil du kannst irgendwie in deinem Nebenjob, in deinem Nebenjob eigentlich Geld verdienen, weil das ist hier auch auf jeden Fall eine Karte von auch finanziellem Wohlstand und so oder auch in deiner Kunst oder was auch immer du als deine Berufung hältst, ja, das kann es wirklich sein. Also die Herrscherin ist auf alle Fälle eine sehr, sehr schöne Karte. Für manche kann es sein, dass du vielleicht schwanger bist, ein Kind kriegst oder so und deswegen den Beruf verlässt und dich hier auf deine Kreativität, auf deine Schwangerschaft und auf dein Kind konzentrierst. Das kann halt auch sein. Auf alle Fälle ist das eine sehr positive Karte für alle Vorhaben und da brauche ich auch keine Zusatzkarten. Dann haben wir in der Liebe Ritter Gabriel sehr viel Leidenschaft. Vielleicht zieht ihr um, meine Lieben. Und ich glaube, viele ziehen vielleicht sogar um, weil jetzt haben wir hier da oben die Sechs der Schwerter. Das ist halt an einen neuen Ort gehen auf eine Art und Weise. Dann haben wir hier das Verlassen des Jobs und wir haben hier Ritter Gabriel ist auch ganz oft für den Umzug. Und meine Lieben, es kann sein, dass du vielleicht auch den Job irgendwie verlässt, weil du umziehst. Das kann durchaus der Fall sein. Ansonsten ist das hier eigentlich eine sehr temperamentvolle, leidenschaftliche Energie und Vorfreude. Und dann gucken wir nochmal für die Single Männer. Mir kommen jetzt die Single Männer in den Sinn. Da ist schon wieder Ruhe im Karton. Also was Ernsthaftes zeigt sich hier eher mal nicht. Ja, und ich glaube, deine Erwartungen werden hier auch nicht erfüllt und auch hier muss man ein bisschen zuwarten, leider. Das ist die Info für euch. Die Single Frauen. Ja, es gibt schon einige SMS, Nachrichten und sowas, aber das hat jetzt nichts mit echter, wahrer Liebe oder dem Vorhaben zu tun, zusammen zu bleiben oder sowas, sondern eher mehr so ein Geflirte. Immer einfach mehr so ein Geflirte. Gibt es da noch eine Zusatzkarte. Ja, es ist dir vielleicht auch ein bisschen egal. Ist es irgendwie, es ist nichts Ernstes hier dabei. Ja, das ist so die Tendenz, die mir hier kommt. Dann haben wir hier die Leute in eurer Umgebung. Ritter Michael und der Ritter Michael, ja, der ist vielleicht wütend, kann sein, dass Leute ein bisschen aggressiv sind in deiner Umgebung. Hier, es kann ja auch im Job bedeuten. Da sehe ich auch viel Konkurrenz unter Umständen für einige von euch. Ja, da musst du halt gucken, an wen du da gerätst. Kann so gut sein, dass mit den Leuten nicht gut Kirschen essen ist auch eine Art und Weise. Ich würde auf jeden Fall aufpassen, welche Verträge ich unterschreibe, mit wem ich mich treffe und so weiter. Aber natürlich, die Leute in deiner Umgebung sind jetzt nicht alle Leute, die dich umgeben, sondern es kann gut sein, dass du da vielleicht mit denen gerade verstärkt irgendwie zu tun haben könntest. In deiner Gesundheit Szenarien, ach ja, das ist hier alles wieder stabil. Es kann gut sein, dass die, die gesundheitliche Probleme haben sollten, auch das Geld für eine Behandlung haben oder von der Familie gepflegt werden auf eine Art oder irgendwie sonst viel stabil sind. Für die, die echte Themen haben in der Gesundheit, wie fühlst du dich denn? Ja, du fühlst dich dabei natürlich auch nicht besonders gut, aber die Stabilität liegt mir hier trotzdem. Ja, vielleicht auch einfach Sicherheit. Ja. Na, aber es ist jetzt nicht so, dass der Zustand vorbei ist. Für alle anderen ist das einfach so, dass ihr euch mal auch materiell stabil fühlt und auch insgesamt einfach stabil fühlt. Ja, und dann können wir mal einfach hier gucken. Im Job haben wir 15 Entscheidungen. Ja, das kann sein, dass du dein Geld auf eine echt komische Art und Weise so verdienst. Das ist jetzt in den 10 Tagen. Dieses Ding ist halt einfach langfristig, bedeutet das halt, dass man irgendwie auch etwas in seinem Leben opfern muss, wenn man vielleicht zu sehr auf Materialis setzt, wenn man sein, ja, irgendwie halt auf eine falsche Art und Weise sein Geld verdient. Falsch oder richtig, das ist natürlich wieder total verschieden zu sehen. Ja, ich sehe die Sachen einfach karmisch. Ich sehe einfach, wenn ich einen Teufel sehe, dann sehe ich einfach, dass entweder Dinge nicht gesehen werden, also dass du entweder, also dass du dich irgendwie gefangen hältst. Gefangen hältst. Das ist das richtige Stichwort. Entweder du arbeitest in der Firma Ewigkeiten und denkst, es gibt nichts Besseres und leidest und bleibst dort oder du überarbeitest dich und opferst dabei deine Beziehung oder Liebe und Beziehung haben überhaupt gar keinen Platz mehr in deinem Leben, weil die Arbeit auf eine Art und Weise überhand nimmt. Und das ist einfach nicht wertend, sondern das ist einfach auf lange Sicht kann halt so, so eine Entscheidung irgendwie wirklich Bereiche des Lebens kosten, die einem doch dann auch im Herzen wichtig sind, ja. Und das gilt es einfach zu überdenken, nicht mehr und nicht weniger. Wie ist denn das hier mit dem Geld? Ja, du musst schon wieder hier geduldig sein mit der Cola. Also irgendwie Geldmäßig, liebe Schützen, sieht es mir hier irgendwie echt schwierig aus, wenn ich ehrlich sage. Wobei du dich eigentlich hier total stabil fühlst. Das ist sehr interessant. Und eigentlich, Leute, ihr habt ja in euren Nebenjobs, also was du nebenbei machst, habt ihr gutes Geld. Also das kann sehr gut sein, dass ihr trotzdem finanziell sehr gut durch den Monat kommt. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir haben jetzt hier in den Nebensachen auch die Sonne. Und die Sonne ist für alles super. Ob du Kunst machst, ob du Nebenjobs machst, ob du wie auch immer und finanziell fühlt ihr euch stabil. Wahrscheinlich wird jetzt einfach das Geld hier in eurem normalen Job auch einfach nicht so das Thema sein, sondern ihr verdient es woanders. Das ist so das, was mir hier noch kommt. Ja, und das ist auch für alle Bereiche super. Ja, da brauche ich auch wieder nichts zusätzlich. Das ist ganz klar gute Tendenzen. Alles, was ihr ein paar anpackt, alles, was ihr wollt, ist wirklich von Erfolg gekrönt. Wie dieser Erfolg ja auch aussehen soll, ist dann natürlich das, was ihr auch anstrebt und was euer Ziel ist. Das ist ja dann auch wieder für jeden was anderes. Nicht jeder Künstler verdient Geld, wenn er natürlich seine Werke irgendwie für einen kleinen Preis hergibt, dann ist das natürlich auch ein kleiner Preis, der dann rauskommt wieder. Aber dafür bekommt ihr dann hier wirklich auch Anerkennung. Also die Sonne ist einfach so, dass man sich gut fühlt bei dem, was man tut und für das, was man auch irgendwie manifestiert hat vorher natürlich auch. Aber die Tendenz ist super. Dann haben wir in der Liebe König Gabriel für die Ladies kann ein heißer neuer Mann ins Leben kommen. Ja, wie ist denn das für die Single Damen? Wie willst du Single Damen? Ja, es ist mehr so ein kühler Mann, mehr so ein kühler Mann, der irgendwie vielleicht nicht richtig weiß, was er will. Es sind, ich glaube, ihr habt einfach sehr, sehr viele Männer, die ihr datet, was ja nicht das schlechteste ist. Was ihr draus macht, das ist halt dann so das, was ihr draus machen wollt. Ja, die Chance, wirklich die große Liebe zu finden, sehe ich hier eigentlich nicht. Ich sehe hier eher so heiße Flirts und SMS-Nachrichten und Dating. Ja, wie ist denn das für die Männer? Single Mann. Ja, das ist auch hier so ein bisschen, du kannst schon lustige Frauen kennen, dann haben sie mehr so wechselnde Partner. Und es kann gut sein, dass du ja einfach hier sehr fit bist, Libido, total entfacht ist halt, weil der König Gabriel ist ein sehr, sehr feuriger Mann irgendwie und da sehe ich auch nichts Ernstes hier. Die Ehen und bestehende Partnerschaften. Ja, irgendwas befreit euch hier aus diesen Problemen. Was hatten wir hier? Ich glaube, da habt ihr irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten, oder? Naja, auf alle Fälle, ganz ehrlich, das kann sein, dass ihr euch hier wieder befreit, kann sein, dass ihr Gespräche führt, die befreiend wirken, kann sein, dass das irgendwie, dass der Mann wieder sich wohlfühlt, irgendwie, mehr Selbstbewusstsein hat, um auch seine Frau wieder besser behandeln zu können. Sowas kann es hier halt auch sein, ja? Weil das ist ein sehr selbstbewusster Mensch hier, einfach der König Gabriel. Vielleicht ist es auch irgendwie, mal ganz kurz gucken. Nee, also ist es wirklich ein stabiles Fundament in den Ehen hier und in den langen Partnerschaften. Das sieht hier echt ganz gut aus. Was dieser König Gabriel ist, das weiß ich gar nicht. Kann auch vielleicht jemand sein, der euch extern hilft. Vielleicht ist es ein guter Freund, der euch gute Ratschläge gibt. Vielleicht ist es auch ein Beziehungscoach. Oder vielleicht ist es irgendwie ein Mann, der aber irgendwie genau das Richtige macht, damit ihr euch wieder in der Ehe besser fühlt und euch wieder stabiler fühlt insgesamt, okay? Wer das ist und was der macht, das lasse ich jetzt offen, das weiß ich ja überhaupt nicht. Das ist ja für jeden total individuell. Dann habe ich hier die Leute in der Umgebung sieben, der wagen. Ja, das sind Leute, die Probleme lösen und die Konflikte, die Gegensätze zusammenbringen, damit die Gegensätze eine Richtung ansteuern. Und das kann echt ein Beziehungscoach sein oder ein Therapeut. Oder du selber gehst zu so einem und ja, machst irgendwie, der beeinflusst einfach gut. Das kann auch total sein. Das ist ein dritter Mann oder das kann auch eine Frau sein, die sehr aktiv ist. Das ist ja eine ganz allgemeine Lego. Aber das irgendwie ein anderer Mensch einfach motivieren kann und positiv, einen positiven Beitrag leistet für eure Ehe oder Beziehung. Und das kann einfach ein Freund sein, ein Coach oder wie auch immer. Ja, das kommt mir hier noch so ganz allgemein für euch. Meine lieben Schützen, ich wünsche euch einen wunderbaren November. Ich mache auch persönliche Beratungen. Wenn du so eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchtest, dann reicht es einfach, mir eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse, die steht hier unten im Text. Ich beschäftige mich schon sehr viele Jahre mit dem Kahn, mit der Numerologie. Vergleiche gerne mit der Astrologie, mit dem Human Design. Einfach immer nur so, dass es wirklich dir persönlich echt individuell dient in deiner Situation. Aber schreib mir doch einfach und wenn nichts ist, dann freue ich mich total, dass du die schöne Atmosphäre hier im Herbst genießt und auch noch darüber hinaus und wieder einschaltest. Und vielen Dank fürs Abonnieren, fürs Liken und fürs Teilen. Da hilfst du mir sehr gut und du bist immer interviewt von mir. Schönen Herbst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018